Im Streit um die Kindergrundsicherung zeigt sich Familienministerin Lisa Paus zuversichtlich. Wir sind auf der Zielgeraden und ich gehe optimistisch in die weiteren Gespräche, auch mit dem Bundesfinanzminister, sagte die grünen Politikerin. Zuvor hatte Paus im Kabinett für einen Eklat gesorgt, indem sie das sogenannte Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner, wie schon erwähnt, in dieser Sendung blockierte. Im koalitionsinternen Streit über die Kindergrundsicherung fühlt sich die Familienministerin aber von höchster Stelle bestärkt. Sie danke dem Bundeskanzler für seine Unterstützung, so Paus. Scholz sieht die Pläne für die Kindergrundsicherung als weitgehend ausgearbeitet an. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.